Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video gibt es dann das letzte Feuerwehrprospekte vorstellen 2016, 2017. Ja, in diesem Video stelle ich euch die letzten Prospekte vor. Unter anderem haben wir Redenos Baumarkt, Vulvors haben wir dabei, wir haben Lidl auch dabei, endlich mal Penny dabei. Ja, wir haben noch jede Menge andere dabei. Und ja, als erstes fangen wir an mit Redenos und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an damit. So, wir haben ja als erstes eine kleine Infos, weil den Laden gibt es nur in Ostfriesland. Ähm, genau. Aber trotzdem sehr gute, interessante Angebote dabei. Wir haben hier Backpacker Raketensortiment, noch ein weiteres Halbfamilie-Sortiment dabei. Die Hammerschlag dabei, hier Kapstadt, römisches Licht. Und hier haben wir ein absolutes Highlight. Die werde ich mir auf jeden Fall zweimal mitnehmen. Die Sicking von Fire Event. Und ja, mal zu testen. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter mit Batterien hier, zwei Stück. Weitere Batterien. Unter anderem auch die Popping Flowers dabei. Die White Stroke dabei. Jetzt etwas teurer als normal, wenn man sie online kriegen kann, aber ja. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier die Hammerschlag. Die Penthouse. Die Rocket Strike. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr wieder, äh, dass sie dieses Jahr dritten drei verschiedene Farben da sind. Pro Packung. Und nicht so wie letztes Jahr, dass eine Packung drei gleiche hatte. Mal gucken. Und wenn das so ist, wenn das so ist, dass sie drei verschiedene Farben haben, dann packen wir sie mal mit. Und wenn nicht, dann lasst sie so liegen. Dann haben wir noch einen weiteren Verbund. Dann haben wir hier noch zwei Raketensortimente. Und hier noch Kap 1 zuzüglich da. Und ja. Das war dann Redenius. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit Bull Wars. Hier steht gültig ab 27. Ja. Hier steht gültig ab 29. Ja. Ist halt normal, der 29. Genau. Wir haben hier ein Familiensortiment von Beko für 10€. Dann ein Raketensortiment für 20€. 27 Raketen. Kat 1. D-Böller. 7€. Schon etwas vorher. Da drin hier dabei. Ground-Spektakel. Äh, äh, äh. Ja, doch. Sagten wir jetzt so nix 60 Schuss. Weiß ich nicht. Dann haben wir hier noch ein Familiensortiment dabei. Dann Riesenunterkerzen. Römische Lichter. Römischelicher Verbund. Dann ein Familiensortiment. Weitere Raketensortimente. Unter anderem die Goldrausch-Raketen von 13€ dabei. Ja. Dann Knallersortiment. Leuchtsortiment. Batterien. Weitere Batteriesortiment. Knallerbox. Eine große. Dann die Voyager. Das dürfte dann auch die ungelabelte, äh, hier... Van Gogh, beziehungsweise Uranus sein. Für 12,99€, so wie das aussieht. Schon recht teuer. Und hier noch einen weiteren Verbund. Und dann geht's weiter mit Cut1. Ja. Standard-Cat1-Angebot. Als nächstes kommen wir zu Penny. Wir haben hier einige Batterien. Hier noch ein Batterieset für 10€. Ja, gehen wir jetzt weiter. Den bekannten Penny-Label. Double-Action dabei. Five-Batterie. Five-Batterie. Die ungelabelte Alien. Heißt hier ist Sledge. Weitere Batterie. Hier sind die Raketensortimente. Genau. Ich scroll jetzt einfach mal so weit runter. Hier. Galactica. Auch bekannt. Ja, oder auch nicht. Dann hat mich jetzt versehen. Dann geht's hier weiter. Hier sind die Familiensortimente dabei. Könnt ihr euch einfach mal angucken hier. Kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Und dann geht's wieder weiter mit Batterien. Diese Batterie dürfte auch, wie das ausschaut, die Happy Sky auf dem Lidl sein. Ich bin mir da aber nicht sicher. Bei der Batterie. Bei der Batterie. Bei der Batterie. Bei der Batterie. Ja. Hier geht's dann noch weiter. Noch mehr Batterien. Batterienverbund. Chloromoldbatterien. Dann noch ein Batterieset. Und kommen wir jetzt hier zur nächsten Seite. Noch mehr Batterieverbünde. Sehr viele Batterieverbünde bei Penny. Und hier geht's weiter mit einem Liberty Sortiment. Das sieht auch ganz interessant aus. Ja. Die Knallerbox für 7€ dabei. Wie jedes Jahr. Achtfach Kanonfeuer. Für 2,49€ recht teuer. Weil, so wie ich das auf Videos gesehen habe, ist das einfach nur Superballer 2 mit so einer Lunte dran von einem Kanonschlag. Ganz einfach. Und hier haben wir dann noch ein weiteres Kanada-Sortiment und Lois-Sortiment. Und 2 große Vulkane. Und auf der letzten Seite haben wir noch ein Mischung-Cut 1. Genau. Und ein Special Manga-Boot hier. Die Brenner. Die sollen ganz gut sein. Und ja. Wir machen weiter mit Multi. In dieses einen Supermarkt, der zum Edeka-Gette gehört. Den gibt es auch. Und aus Deutschland. Und ja. Führt auch Komet. Wir haben heute schon mal ein Familiensortiment für 10€. Nightsky. Dann geht's weiter mit der 2. Seite. An Brandtier-Cat 1. Riesenverbünde hier dabei. Für 140€. Ich weiß nicht, wer sich sowas kauft. Dann hier weitere Batterien. Batterieset. 2x. Weitere Verbünde. Inflame. 250 Schuss VF-Batterie. Für 19€. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. 1. Magic Show. Doppelpark. Ja. Das ist das hier. Speed for Evolution. Das gibt es auch beim Netto. Für 1€ teurer. Das. Wunderlich. Das ist hier ein Ziel. Dann hier weitere Batterie. Und dann am Ende ein Raketensortiment. Leucht-Sortiment. Riesen-Vulkane. Eine Wunsch-Rakete. Immer jeweils. Weitere Raketensortimente. Ja. Alles im einen eigentlich gar nicht mal so teure Preise, wie man es vom Komet gewöhnt ist. Hier unter anderem. Dann kann man die Riesen-Kanonschläge für 2,99€. Die Hotboom. Die Überlöschung für 3,99€. Superballer 2 für 7,99€. Pyrocracker 5,99€. Ja. Könnte man sich schon überlegen, ob man sich da was mitnimmt. Und jetzt geht's weiter mit Wessels. Ja. Wessels ist so ein kleiner Hobbymarkt. Auch in Ostfriesland. Mit Superangeboten. Vor allem jetzt angeboten. D-Büller von Niko. 3,33€. Pyrocracker Schinden. 3,25€. Superbüller 1 für 4,89€. Also richtig günstig. Ja. Mushrooms, 8,99€. Das ist aber ein falsches Bild irgendwie. Das ist nicht die Rakete Mushrooms. Denke ich glaube ich. Komische Lichterbatterie. Die Amboss für 44,44€. Und ich habe beim letzten Prospektive Video noch gesagt, bei Kaufland. Ich habe sie noch nicht so billiger gesehen. Jetzt schon. Fieberheben. Doppelkneifert Explode. Riesenvulkan. Out of Limits. Weitere Batterie. Hercules. Familie Sortiment. Ich denke mal, das werde ich mir mitnehmen zu dessen. Hollywood Light. Familie Sortiment. Und die Viva Romana. Ja. Und weil es im letzten Video gefehlt hat, werde ich jetzt mal das Feuerwerksprospekt auch vorstellen von Lidl. Dies ist jetzt allerdings dann das Angebot von mir. Was ich für Angebote habe bei mir hier oben. Die haben ja ganz normal halt Fire Fantasy wie jedes Jahr. Arena of Rockets High Speed Bombs. World Champion. Das Arena of Rockets werde ich mir mitnehmen. High Speed Bombs nicht mehr. Hat mir letztendlich nicht mehr gefallen. Alle Raketen jetzt mit ner Bombwette. Dann Verbundfeuerwerke hier dabei. Dann Jewels of the Sky. Firefighter dabei. Uranus. Stardust. Casino Royale. Black Ice dabei. Hat ich letztes Jahr auch. Ja, aber muss ich jetzt die unbedingt zweites Mal mitnehmen dieses Jahr. Nord of Whistle. Powerbox. Recht schöne Batterie auf jeden Fall. Ist mir leider letztes Jahr durchbezündet. Bombwette. Schock Attack. Die will ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Die gibt es jetzt ja Nord- und Südverschland. Überall bei Lidl. Painted Sky. Die Scarabius Entwicklung. Allegator. Happy Sky. Vom Winter Sortiment. Hier noch weiter. Weiterhin die alten bekannten. Thailand Dragon Beastmaster. Feuerpfleger Sortiment. Dann hier noch ne Neuheit. Hellboy. Night Holder. Ocean of Lights. Und jahrelang dabei hier bei Lidl. Dann die Discovery. Elysium. Die Laser. Vulkan hier noch. Kanonschläge. Ab dieses Jahr im 6er Pack. Die Flashbranks wieder dabei. Die waren letztes Jahr richtig geil. Für den Preis. Werde ich mir dreimal mitnehmen. Leuchtspektakel. Dann das Kracherentferno. Und hier noch weiter Kat 1 Artikel. Ja. Das war es dann auch wieder mit diesem Respektiv vorstellen. Das war das letzte Teil für dieses Jahr. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video.